Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr, das ist Twitch und Limit. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder alle am Start seid und es wird wirklich richtig heiß. Nicht nur hier drin, sondern auch gleich beim Draft da unten. Ich zeig euch mal unten, was los ist. Wir gehen mal ganz kurz runter. Man sieht schon ein bisschen was da unten. Ne, man sieht nur Dreck. Wir gehen wieder zu uns. Ähm, meine Verschwörungstheorie ist, dass Roat in Phoebe reingedickt hat. Hey, Mann! Ey, Mann! Kann ich vielleicht doch ins Video kommen? Du bist ein Hurensohn! Okay, sorry. Ich färb es mich. Stopp! Stopp! Das bricht alles weg! Das bricht alles weg! Ich bin so froh, dass ich nicht fahr! Er ist der beste Fahrer, den ich kenne. Er ist fucking roh! Brücke, 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 Brücke! Gesicht am Ende! Gebecken, merken, merken, merken! Nein, 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 nein! Nein, wir kommen nicht hinterher! Ey, renn doch, du kaputt! Ey, ich hab's nicht gut! Ich hab's nicht gut checked, sonst hätten wir es locker geschafft, ne? Ich geh kurz pinkeln. Bis gleich! Digga, Sentinel, du nervst auch. Du schreibst immer auch nur Scheiße. Hier, eine Stunde, Digga. Das hat mein T3, sonst hau ich mich bald raus. Aus dem Chat an meine Kopf immer. It's right to not laugh! Deine Mutter versucht nicht zu lachen, wenn dein scheiß Vater wieder seinen Mikropenis ausfällt. Oh, ey, wir sind ja im Placement. Sentinel, bester Zuschauer. Ich nehm den Teil wieder weg, weil ich hab ihn so lieb. Guck mal, hier ist dieser Frame. Hier hat er das angebracht, hundertprozentig. Wenn es gehen würde, dann wär's hier. Okay, wir können als erstes mal die Reifen drauf machen, aber es wird nichts ändern. Ich hasse es, wenn Chat denkt, die hinten ahnung. Oder diese, das ist so einfach verschwendete Zeit. Diese Reifen werden nichts ändern. Weil ich mich kontrolliere. Hallo, wir schauen meine TikTok-Likes an und ich weiß nicht, wie cringe es wird. Jetzt hängt hier alles voll funktionstüchtig aus, wenn ich das als Raketenwissenschaftler mal kurz bewerten dürfte. Guter Motor. Nein! Hentai Killer, Hentai Bad Girls. Ich werd jetzt mal nicht auf die Spiele klicken, weil so Spiele wie Hentai Puffy. Hentai vs. Furries. Hentai Girlfriend Simulator. Boah, alter Spiele. Ist das auf einmal ein Horror-Spiel? Isa vs. Elden Ring Boss. Isa vs. Kakerlake. Kakerlake! Wo ist sie hin? Oh, ich hasse sie immer wieder. Nein. Oh, Manni. Oh, ist sie nicht mehr. Ich bin ehrlich, ich bin gerade so auf Burjigeld unterwegs, sage ich mal. Was geht denn bei Monkelonte in der Zentrale? Was geht denn bei Monkelonte in der Zentrale? Äh, Salam, Knossi. Ich hab kein Wort verstanden, Digga. Was hat er gesagt? Hat er mich beleidigt? Ich bin Albino-Türke. Ah, no. Hat 10 Euro gespendet mit der Nachricht. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena. Tomatolix hat 10 Euro gespendet mit der Nachricht. Mach lieber einen Erotikraum in den Keller, dann komme ich auch mal vorbei. Äh, ne, danke. Erotikraum, ne. Wobei... Ich liebe diese Farbe, die ist so neu. Ja, Mann, gell? Die hab ich auch. Mir wurde gesagt, dass es Einzelstücke sind. Ja, du musst mit Schrift springen. Du musst mit Schrift springen. Ich bring alles mit Schrift gerade hier. Ja, weil du's gut timen kannst, weil du Spiele spielen kannst. Er ist ein Bärmüll. Er kann nichts. Er kann einfach nichts. Er kann nichts. Er kann nicht mal laufen. Sein Knöchel, seine Achille-Szene ist gerissen. Bei einem verdickten Dodge-Rolli-Wenk, wo er nicht mal abgeworfen wurde. Er kann nichts. Er ist ein Bastard. Er ist ein Bastard. Er kann nichts mehr ausprobieren zu können. Senf. Ja country muss man damit herrschen. Er kommt damit ab. Ich werde nicht machen lassen. Er wird irgendwas schon Lucifer machen. In Donner Schmidt ist der ganze roster zu einem Teil gekommen. Elekt vegetables haben sich in der später elephants gemacht wurden. Ah, siehste, da bin ich weg. So, und mit der Waffe bin ich deutlich besser. Trust. Probier mal Benzin. Probier mal erhitztes Grinz. Probier mal Gasreiniger. Trink mal deinen Durchschnitt. Probier mal deinen eigenen Urin. Okay, ganz kurz, das ist nicht lustig, okay? Aber, also... Digga, ich hab gesehen, es kocht. Bro, irgendwas war... Ah! Digga, ich leg das... Ah! Digga. Du bist so eine wecke Sau bist du! Du bist so schlecht! Digga, meine Waffe macht keinen Damage! Ah! Unglaublich der Tod. Achtung, meine Damen und Herren, seid ihr bereit? Ein wirklich unfassbarer Schmutzmann spielt Geist, Akustik, Sensor und Zero. Und diese Fotzenwaffe kämpft in der Ecke und tötet mich 90 Punkte vorm Sniperless! Ich hab deine verdammte Bastard-Huren-Mutter gefickt! Und der wird auch mal gebollyshootet. RUTU! RUTU! Deine Mutter würde ich nicht mal ficken, wenn ich dir in den fünf Gummis vorher drüber ziehe, die eklige Hure! Ein Glowstone rein, dann anklicken mit der Handeimer, jetzt respawn.z, jetzt kraft ich zwei runter und der Ferturl! Oh mein Gott! Das ist legit, I'm lucky! Ladies and gentlemen, watch this! Ich bin zwar nicht gut im Speedrunnen, aber wenigstens kann ich das hier. Wie kann der so gut sein? Verdammte Scheiße! Das ist legit! Wieder mal kein Konzept, Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nix verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt, täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept, oder Big Mac, bahn den Weg.